Es wird voll von Geld sein und wir werden es alles nehmen. Und der da oben wird ja sich antrödeln. Jetzt ist es ganz einfach. Ich setze sie hier hinter hin. Man wartet, wird der und der kommt oben und unten kommen die alle. Und von da aus können wir die einfach mit der Piste wegholen. Ja, ist der einfachste Weg. Und einer zeigt, dass du oben der zweite hat den C hier den Headshot bekommen. Na, ein Treffer ist auch nicht so gut. Auf der Erde. Da kann ich es nochmal hinlegen, die gute Frau. Aber, ähm... Wahrscheinlich... Ach, das ist diese Map. Ach, ich hab Jings vergessen. Ähm... Ach, mein MG hab ich vergessen. Weil, wenn du hier reingehst, kannst du dich hier rauf stellen, hinknigen, kannst dir das MG hinpacken. Kann auch von hier aus reinschießen und da aus reinschießen. Ich hab's leider nicht eingepackt. Ähm... Warte mal, kann man auf... Ich muss kurz bei Option gehen. Ähm... Steuerung, zusätzliche Tasten, ähm... Ausstattung, G. Ich habe einen Medik-Bag hier. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, Scheiße. Ach, ich hab kein SMG mitgenommen. Na gut, dann... Dann ist es halt nun so. Ach, Ecke. Ein bisschen schwarz. Naja. Da hab ich mein Medik-Bag jetzt hingepackt. War auch nicht grad besonders schlaueste, aber... Naja. So, das Ding muss jetzt auch gesibelt werden. Und... Ich meine... Hier in der Nähe... War's hier gewesen? Irgendwo auf dem Clou... Gibt's, ähm... Money. Ich weiß nicht, welche Toilette das war. Bleib liegen. Bleib liegen. Bleib zu liegen. Ah, noch eine Ohrfeige? Ja. Naja. Naja, was solltest du sagen? So, hier ist noch ein Bad. Hier ist auch kein Geld mehr. Also, früher war das mal so gewesen. Also, ich meine, es war so. Als ich... Ich meine, früher war das so gewesen, dass da ist da Geld drauf. Äh, dass da Geld drauf. Da ist da Geld drauf, sagst du. Genau. Dass da Geld lag. Ich gucke meinen nächsten, ähm... Stockwerk hoch. Mal... Irgendwo muss das ja sein. Aber wenn ich alle abgeklabbert habe... Dann, äh... Weiß ich auch... Dass es nicht mehr so ist, ey. Aber ich weiß nicht, es ist doch so. Was ist da denn drauf? Ich gebe nicht auf. Also, ich weiß, dass es hier irgendwo auf dem Klo gab. Es gab hier... Money. Geht den nächsten Stock weg hoch. Dann würde ich jetzt nicht. Okay, stopp. Ah, hier liegt Money. Cool. Gut zu wissen. Muss ich mir merken. Bei dem Fernseher. Oben dritter Stock. Rechts rein. Ah, okay. Oder, dass es hier so eingestellt ist, dass es randommäßig woanders gespawnt wird. Das könnte ja auch angehen. So. Und nichtsdestotrotz... Ne, da waren wir schon. Gucken wir. Ja. Fesseln wir ihn auch nochmal. Nicht eine Fessel mehr. Was ist wieder vor einer, Alter? Alter, sowas klappt sich um. Soll das hier auch, hä? Ja. Ja, so ein Maschinen-MG-Gewehr. Das hätte ich mir gerne auch hingestellt. Das stört mich ein bisschen. Also, wir können mal gucken, ob der eifrekannte Buggy wieder da ist. Und am besten kann man den auch hier hinstellen. Ah ja, ich habe immer zu viele mit der Piste. Lass aber die schon mal mit einem NG ran. Ah, ein rechtes Ticket-MG. Guck mal, was da so abgeht. Ah, ich gehe jetzt noch mal Getränkebladen jetzt rein. Guck mal, was da so abgeht. Ok. Wandaem-mäßig reinhalten. Wandaem-mäßig reinhalten. All right, time to get to C-4. I'm patching the helicopter pilot. Alex, we need you to drop the C-4. I'll shoot. Can you do that? Ten minutes and two. Can you hear that, guys? We'll get to C-4 on the roof of the building in just a while. Let's get to the roof! Okay, I'm nearby. The cops got snipers on the roof. You got to get rid of the snipers before I can rob the C-4. Okay, we're going to go up. There's no money. No money. No money. I'm going to look at him in the middle of the building. Nachladen. Nachladen, sag ich schon. Waffen wechseln, Mensch. Ich war ja schon das ganze Gagga im Kopf. Ich glaube, ich werde mir das umwechseln, dass ich die 2, also das MG auf die 3 habe. Das ist leichter. Aber ich brauche jetzt das MG und der, äh, jetzt das MP und dann das MG. Und da kommt die 2 hin. Und da kommt die 3 hin. Und da, jetzt das richtig sein, ne? Eins. Ja. Okay. Oh, da bleibt er Wir haben hier die Birne weggeschossen So Okay, wir müssen von unten ausmachen Ich weiß, dass sie in der Wand rankommen Uh, uh, da haben wir geflogen Da ist ja auch schon eins dran Ich weiß, dass sie in der Wand rankommen Ich weiß, dass sie in der Wand rankommen Ich weiß, dass sie in der Wand rankommen Ich geh auch schon mal nach oben Ich weiß, dass sie in der Wand rankommen 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 aber Laufen wir einfach um den Kreis Irgendwann Die sind hier zu geladern Außer er hier Und der hier Laufen wir einfach mal runter Hier geht's noch nix Oh Oh Okay, the wind is secure Alright, get ready Release assault coming in high in 20 seconds Reach for the sky Hands up Alright, come in oben Come in oben Amo eindammeln Amo eindammeln Okay, go 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 Oh, 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 oh. 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 Irgendwo her Hackerfuhren, Kräfte auch über Karton, Lunge, Kiste Kräfte Spannend bis zum letzten Schluss ey. Spannend bis zum letzten Schluss. Heieieieiei. Leute, das war mal spannend ey. Ich kann daraus keinen Ertrag erzielen, ob ich nun erster, zweiter bin. Das weiß ich nicht. Aber, wir sind jetzt am Ende. Wir gehen aus der Lobby raus. Und gebt mir dafür einen Like, einen Kommentar und ein Abo von euch. Bleibt am Ball bei diesem Kanal. Ich sag schau, bis zum nächsten Mal. Das war ja spannend, oder Leute? Stand.